Und wir kommen ins Ausland. Bei einem Schusswaffenangriff auf eine Schule in der russischen Großstadt Kazan sind heute Vormittag mehrere Menschen getötet worden. Zwei staatliche Nachrichtenagenturen berichten von elf Todesopfern, darunter mehrere Schülerinnen und Schüler. Zudem soll es 20 Verletzte geben. Ein 19-Jähriger soll festgenommen worden sein. Unklar ist, ob es weitere Verdächtige gibt.